Hallo und herzlich willkommen zu den ProSieben Spätnachrichten. Der ohnehin von der Welt isolierte Iran ist nah daran, einen seiner letzten Freunde zu verlieren. Die Beziehung zu Deutschland ist angespannt, auch wenn Bundesaußenminister Kinkel dazu aufruft, einen kühlen Kopf zu bewahren. Von diesem kühlen Kopf freilich ist Teheran meilenweit entfernt. Denn trotz zaghafter Einlenkungsversuche religiöser Führer erhitzen sich weiterhin die Gemüter hasserfüllter Demonstranten. Bundeskanzler Kohl hat den Iran in einem Brief ermahnt, weitere Verschärfungen zu vermeiden und auf einen wichtigen Grundsatz hingewiesen, dass der Berliner Mykonos-Prozess kein politischer Prozess ist. Höchste Sicherheitsstufe vor dem Berliner Kammergericht, wo zurzeit der Mykonos-Prozess verhandelt wird. Die Polizei hat sich auf die iranischen Morddrohungen gegen die Bundesanwälte vorbereitet. In Bonn warnt der Botschafter Irans vor einer weiteren Zuspitzung der Krise. Wir gehen schweren Zeiten entgegen, weil der Bundesanwalt die religiösen Gefühle der Iraner beleidigt hat, erklärt er und fügt hinzu, dass die Bundesregierung klärende Worte sprechen muss. Allerdings wird es keine Morddrohungen gegen die Bundesanwälte geben, noch besteht die Absicht, solch eine Fatwa zu erlassen. Das allerdings reicht den Sozialdemokraten nicht. Es kann nicht hingenommen werden, dass ein solcher Staat es sich anmaßt, in die innere Angelegenheit, in die Rechtsprechung einer freiheitlichen Demokratie mit so verwerflichen Mitteln einzugreifen. Einen kritischen Dialog zwischen der Bundesregierung und dem Iran haben wir nicht wahrnehmen können. Die Opposition ist überzeugt, dass die Regierung über die gleichen geheimen Informationen verfügt wie die Bundesanwälte. Die SPD will deshalb wissen, ob die Anklageschrift auf sicherem Fundament steht. Doch die Bundesregierung wiegelt ab. Nach der heutigen Kabinettssitzung waren die kritischen Stimmen im Koalitionslager plötzlich verstummt. Wir sind sicherlich in einer nicht ganz einfachen Phase der deutsch-iranischen Beziehungen, aber von einer Krise kann man nicht reden. In Teheran sieht das anders aus. Während islamische Studenten ihre wütenden Proteste gegen Deutschland fortsetzen, erschwert einen Machtkampf in der Führungsspitze des Landes zwischen den religiösen Fundamentalisten und den provestlichen Kräften einen Ausweg aus der Krise. Stasi-Mitarbeiter, so wird wohl heute keiner mehr gerne genannt, auch Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe nicht. Der Berliner CDU-Abgeordnete Uwe Lehmann-Brauns aber wird nach wie vor diesen so nennen dürfen. Stolpe war gegen derartige Äußerungen Lehmann-Brauns für Gericht gezogen und hatte verloren. Der Richterspruch dauerte nur eine Minute, die zwei Kontrahenten waren gar nicht erst erschienen. Uwe Lehmann-Brauns, so urteilte das Gericht, habe keine Tatsachen behauptet, sondern nur seine Meinung geäußert und das stehe ihm frei. Manfred Stolpe sieht das anders. Ich kann nur ganz schlicht sagen, es ist nach meiner festen Überzeugung eine Tatsachenbehauptung und ich werde diese Verleumdung nicht im Raum stehen lassen und Gott sei Lob und Dank hat man ja auch noch weitere Rechtsmittel, die werde ich natürlich ausschöpfen. Und dies lasse ich nicht zu, dass ich hier ständig verleumdet werde. Wenn man nach Bundesverfassungsgericht sagen darf, Soldaten sind Mörder in Uniform, dann wird es wohl erlaubt sein, die Summe aus all dem zu ziehen, was in Akten über einen Stolpe inzwischen zusammengetragen ist. Nun werden sich die Streithähne wohl vor dem Potsdamer Oberlandesgericht wiedersehen. Und nun weitere Meldungen im Überblick. Strafverschärfung. Die Justizminister der Länder haben sich in Bonn auf härtere Strafen bei sexuellem Missbrauch von Kindern geeinigt. Die Mindeststrafe soll von sechs Monaten auf ein Jahr heraufgesetzt werden. Kindesmissbrauch wird dann nicht mehr als Vergehen, sondern als Verbrechen gewertet. Vor der Haftentlassung eines Triebtäters sollen zusätzliche Gutachten eingeholt werden. Auf eine Anhebung der Höchststrafe von 10 auf 15 Jahre konnten sich die Minister jedoch nicht verständigen. Hilfsaktion. Vom Stuttgarter Flughafen aus ist die erste Frachtmaschine mit 110 Tonnen Hilfsgütern an Bord nach Ruanda gestartet. Ein Vorauskommando des Technischen Hilfswerks hat in Kigali bereits mit den Vorbereitungen für den humanitären Einsatz begonnen. Die rund 40 Helfer sollen vor allem für die Aufbereitung frischen Trinkwassers sorgen. Die Aktion dauert drei Monate und wurde vom UNO-Flüchtlingshilfswerk angesetzt. Proteste. In Zagreb sind Tausende auf die Straße gegangen, um für mehr Medienfreiheit und Demokratie zu demonstrieren. Der Grund? Dem letzten unabhängigen Sender Kroatiens, Radio 101, ist die Lizenz entzogen worden. Er sei zu politisch und nicht objektiv genug, warf der Medienrat dem Sender vor. Washington warnte vor Behinderung der Demokratie. Präsident Tutschmann sei in seinem Kampf gegen die unliebsame unabhängige Presse zu weit gegangen. Unglück. In Puerto Ricos Hauptstadt San Juan sind bei einer Explosion in einem Kaufhaus mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 50 wurden zum Teil schwer verletzt. Sechs Angestellte eines Schuhgeschäfts werden noch vermisst. Unglücksursache war vermutlich eine defekte Erdgasleitung. Mitarbeiter des Gaswerkes hatten vor der Explosion versucht, die undichte Leitung vor dem sechsstöckigen Gebäude zu reparieren. In Hannover werden die ATP-Tennis-Weltmeisterschaften ausgetragen, Matthias Herrreiner. Dort leistet ein Mann Außergewöhnliches, den nicht wenige für diese Tennissaison schon abgeschrieben haben, Boris Becker. Vor einem Monat konnte er nach seiner langen Verletzungspause das ATP-Turnier von Stuttgart gewinnen. Sein Gegner dort im Endspiel war Pete Sampras, die Nummer 1 im Welttennis. Und gegen eben diesen Pete Sampras bestritt Becker am Nachmittag sein zweites Spiel in der Roten Gruppe. Und die beiden boten absolutes Weltkassetennis. Nach zwei Stunden und 14 Minuten stand es 7 zu 6 und 7 zu 6 für Becker. Der wird übrigens am Freitag 29 und kann jetzt unbeschwert feiern. Für das Halbfinale ist er bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Agessi-Ersatz Thomas Enquist qualifiziert. Der traf auf Yevgeni Kafelnikow und der Russe siegte mit 6 zu 3 und 7 zu 6. Damit entscheidet das Freitagsspiel zwischen Kafelnikow und Sampras, wer mit Becker ins Halbfinale aufrückt. In der zweiten der weißen Gruppe wurde ebenfalls gespielt. Michael Chang traf auf Goran Iwanisiewicz. In einem hart umkämpften Match behielt der US-Amerikaner die Oberhand über den Kroaten und gewann mit 6 zu 7, 7 zu 6 und 6 zu 1. Chang war aber nach zwei Niederlagen schon vor diesem Match ausgeschieden. Das bedeutet, der Gegner von Boris Becker im Halbfinale wird entweder Thomas Muster aus Österreich oder der holländische Wimbledon-Sieger Richard Kajiczek. Der TSV 1860 München muss für den Rest der Vorrunde in der Fußball-Bundesliga auf Spielmacher Peter Nowak verzichten. Der polnische Nationalspieler muss sich an beiden Leisten operieren lassen. Mit denen hat Nowak schon seit längerem Probleme. In Amerika wurde ein Weltcup-Riesensladung der Damen ausgetragen, genauer gesagt in Park City im Bundesstaat Utah. Gewonnen hat Sabina Panzanini aus Italien vor der Österreicherin Anita Wachter. Katja Seitzinger aus Halblech belegte einen sehr guten dritten Platz. Sieht schon sehr gut aus der Winter bis jetzt für Seitzinger. Und was das Wetter bei uns macht, sehen Sie jetzt. Am Niederrhein wechseln Sonne und Wolken ab. In Köln und in Hennef bleibt es dabei überwiegend trocken. In Bonn und in Bad Honnef klettern die Temperaturen bis auf 6 Grad. 6 Grad werden auch in Koblenz erreicht. An der Nordsee zeigt sich die Sonne nur selten. Quellwolken bringen vor allem am Nachmittag und Abend örtlich Regen, Schnee oder Graupelschauer. In Stade gibt es nur 5 Grad. Auch in Wedel bleibt es mit Werten um 4 Grad kalt. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Im Norden und Osten gibt es örtlich Regen, Schnee oder Graupelschauer. Im Süden und Westen bleibt es dagegen weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 1 Grad im Alpenvorland und 6 Grad am Rhein und an der Küste. Oberhalb 600 Meter herrscht Dauerfrost. Das waren die ProSieben Spätnachrichten. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017